Heute in dem Video schauen wir uns auf jeden Fall den Fortnite Gegenstand Shop vom 4.11.21 an. Ich würde sagen, von der Wege gehen direkt mal in den Item Shop und schauen uns an, was noch aus der Wildnis so abgeht. Let's go, meine Freunde. Okay, das Ganze aktualisiert sich jetzt. By the way, gestern kam ein neues Paket hinzu. Habe ich leider nicht gesehen, weil das Ganze bei mir noch nicht drin war. Kam wohl ein bisschen später rein. Ihr kennt doch die üblichen Probleme. Auf jeden Fall seht ihr hier gerade das Fortnite Mintz-Legenden-Paket. Ich sage euch so, wie es ist, richtig geiles Paket. Könnte man auf jeden Fall definitiv mitnehmen. Also ich sage euch so, wie es ist, das Rücken-Accessoire hier von der Farbenbomberin sieht brutalst heftig aus. Und generell die anderen Sachen natürlich auch. Also ich sage euch so, wie es ist, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Paket. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Soviel zu dem Paket. Wir gehen einmal weiter und zwar hier nach oben zum täglichen Bereich und arbeiten uns natürlich dann weiter. Im täglichen Bereich mal wieder ein paar Emotes am Start und zwei Scans. Wir fangen mit den Emotes. Wir haben den Adler nach 36 Tagen wieder am Start. Dann haben wir hier einmal Bürofahrt nach 40 Tagen. Dann haben wir hier unten Bärenumarmung nach 30 Tagen wieder zurück. Und diesen Tanz hier nach 34 Tagen. Wir haben den Focus-Skin wieder zurück erhalten nach 29 Tagen und nach 45 Tagen Goldie. Dann haben wir hier nochmal das komplette Sonnensoldaten-Paket. Meiner Meinung nach jetzt nicht so coole Skins. Sind nach 43 Tagen wieder zurückgekehrt. Hier oben geht es dann aber auch schon weiter. Wir haben hier Farbenbomber, Farbenkanon hier plus die Spitzhacke und den Gleiter, der noch mitgeliefert wird. In diesem Paket ist wie gesagt nach 32 Tagen alles zurückgekehrt. Wir haben dann einmal hier die Joy am Start. Die ist auch nach einem Monat wieder in den Shop gekommen. Heute auch als komplettes Paket am Start. Lackierung ist auch da. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Marius. Der ist nach 36 Tagen wieder zurückgekehrt. Das gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Weiß und in Schwarz. Soviel dann aber auch schon hier zum Fortnite Shop. Eure Meinungen gerne unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann somit hier an der Stelle. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao. Mit dem, believe. Ja, bitte. zeigt uns mal an.